Oh, ja, damit habe ich mich noch gar nicht so befasst und mir darüber Gedanken gemacht, aber es ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich auch Gedichte gut auswendig lernen kann und von daher ist das für mich nicht so ein Problem. Und wir haben auch gute Unterstützung, also der Text wird mit uns geübt und wenn man das fühlt, was man entspricht, dann klappt das. Ich würde gerne Medienmanagement studieren, aber solange ich Angebote bekomme, nutze ich die auch. Ich nutze jede Chance, aber ich will das nicht unbedingt als Beruf machen, sondern eher schon etwas, was ein bisschen bodenständiger ist. Aber ich nutze jede Chance. Nein, gar nicht. Wir sind total familiär und es macht viel Spaß und ja. Ja, ich habe ein eigenes Pferd und deswegen konnte ich tatsächlich schon vorher reiten. Ja, ich bin danach ganz oft sehr traurig, weil ich auch die Leute vermisse, weil man ja nie weiß, ob man die wieder sieht, aber man hat halt auch eine schöne Zeit erlebt und man freut sich auch wieder in den Alltag zu kommen. Also, ich würde gerne mal rein in den Alltag geben. Musik 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 Musik